Soriano. Soriano gegen Königshofer. Boah, aber was macht denn der? Das habe ich noch nie gesehen. Zweiter Rang. Zweiter Rang beim Elfmeter. Hast du das schon mal damit? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Das ist ja der Fritz Stoni. Was war da jetzt los? Wie kann das? Das habe ich noch nie gesehen. Er fährt völlig unter den Ball. Unglaublich. Das passiert einem beim American Football nicht. Also wenn das irgendwo in Südamerika passiert, werden seine Konten durchleuchtet.